... dieses Kampfes bittet um die Vorstellung des nächsten Kampfes. In der Gewichtsklasse Jungen bis 60 Kilogramm. Über 3x30 Minuten stehen sich gegenüber in der roten Ecke. Denn Mehmet Demir Erbok gegen Timur Timur. Ringfrei Runde 1. Demo! 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 Das war's für heute. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Das ist ein Wettbewerb. Rassour! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.